Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs variieren. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Variiert, variierte, hat variiert. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsens an. Ich variiere, du variierst, er variiert, wir variieren, ihr variiert, sie variieren. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich variierte, du variiertest, er variierte, wir variierten, ihr variiertet, sie variierten. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe variiert. Du hast variiert. Er hat variiert. Wir haben variiert. Ihr habt variiert. Sie haben variiert. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich variiere. Du variiert. Du variierst. Du variierst. Er variiere. Wir variieren. Ihr variiert. Sie variieren. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich variierte. Du variiertest. Er variierte. Wir variierten. Ihr variiertet. Sie variierten. Den Schluss macht der Imperativ. Variiere du. Variieren wir. Variiert ihr. Variieren sie. Das war unser heutiges Lernvideo zum Verb variieren. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.verbformen.de, www.verben.de, www.sprachlehre.de und www.zzapp.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb. , es schon Aujourd'In così, gehen jetzt bitte mal. Tschü, etwas anderes. fire sondern beim Einladungen ab. ich habe ihn in Kanteau討age gemacht. Ich habe noch ein paar Vergnügen alles benötigt. Ich gab esาน bis zum nächsten Video, irgendwann.